In diesem Video zeige ich dir, wie du Minecraft Optifine installieren kannst. Um Optifine zu installieren, starte Minecraft mindestens einmal mit der Version, für die du Optifine installieren möchtest. Nachdem Minecraft einmal gestartet ist, kannst du es wieder schließen. Öffne danach einen Browser und gebe auf einer Suchmaschine Optifine ein. Klicke dann auf die Seite optifine.net. Auf der Seite gibt es oben den Downloads-Button. Klicke dort drauf. Je nachdem, welche Optifine-Version du haben möchtest, kannst du entweder auf Show All Versions klicken, um bisherige Versionen anzuzeigen. Klicke bei deiner Version auf Download, dann bist du weitergeleitet. Klicke auf der Seite nichts an, außer oben rechts nach ein paar Sekunden auf Skip. Jetzt kommst du zu der Download-Seite von Optifine. Manchmal musst du hier noch die Cookies akzeptieren. Klicke dazu auf Zustimmen. Der Download-Button für Optifine befindet sich dann direkt unter dem Versionsname. Klicke dort drauf, um Optifine herunterzuladen. Klicke bei dem Download auch den Pfeil und dann auf Inordner anzeigen. Jetzt bist du in dem Ordner mit all den Downloads. Falls du den Minecraft-Launcher offen hast, schließe diesen auch. Doppelklicke nun den Optifine, den Startup, um Optifine zu installieren. Wenn dieses Fenster nicht erscheint, schau dir das Tutorial in der Infocard an. Klicke auf Install und dann auf OK und schließe beide Fenster. Den Optifine-Installer kannst du nun löschen. Starte den Minecraft-Launcher. Es wird ein neues Optifine-Profil durch den Optifine-Installer erstellt worden sein. Klicke auf Starten und dann nochmals auf Starten. In Minecraft kannst du nun heranzoomen.